Hallo und herzlich willkommen zum König der Löwen. Ein wunderschönes, altes, sehr altes Spiel. Aber dieses Spiel war damals, als ich Kind war, eins meiner absoluten Lieblingsspiele für den Super Nintendo. Und ich dachte, es ist mal an der Zeit, das mal zu spielen. Jetzt, wo ich die Möglichkeit dazu habe. Und ich spiele es über einen Emulator mit einem Playstation-Controller, weil das mit der Aufnahme über den Super Nintendo und so leider nicht so wirklich gut funktioniert. Und, ja, ich weiß auch nicht, wie lange ich dieses Spiel spielen kann. Ich starte jetzt einfach erstmal. Und das Problem ist halt, dass man mit dem Playstation-Controller nicht so viel machen kann, wie mit dem Super Nintendo-Controller. Zum Beispiel müsste ich eigentlich Rollen machen. Aber das mit den Rollen machen, das funktioniert mit dem Playstation-Controller leider so gut wie überhaupt gar nicht. Und deswegen müssen wir wohl oder übel keine Rollen hier machen. Das ist natürlich nicht so gut. Und deswegen kann es gut sein, dass dieses Let's Play kein richtiges Let's Play wird. Sondern es wird... Ich würde es wahrscheinlich eher ein Let's Show nennen. Denn ich zeige euch ein bisschen von dieser wunderschönen König der Löwenwelt. Die ich wirklich geliebt habe. Und ich habe es schon damals als Kind tausendmal durchgespielt. Also so oft durchgespielt. Das kann ich, glaube ich, schon gar nicht mehr zählen, so oft wie das war. Und... Au! Mensch! Und ich habe das damals auch schon ziemlich Speedrun-mäßig durchgespielt, weil ich das so auswendig kannte. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Oh, fast hat er mich gekriegt. Moment, ich hole mir erstmal die Hälfte hier. So, ein kleiner Speicherpunkt ist das nämlich. Und ja, jetzt muss ich mich, wie gesagt, erstmal ein bisschen einspielen. Da es schon unglaublich lange her ist, dass ich König der Löwen überhaupt angespielt habe. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie weit wir kommen werden. Denn wie gesagt, ich glaube, es gibt einige Parts, die mussten mit einer Rolle gemacht werden. Und da wir die nicht machen können so, wird es wahrscheinlich nicht ganz so lange gehen. Es kann auch sein, dass es nach drei Folgen vielleicht sogar schon vorbei ist. Ich bin mir da nicht sicher. Hier müssten wir theoretisch eigentlich auch schon rollen. Aber das Rollen klappt einfach nicht. Ich versuche es nochmal so ein klein bisschen. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Trick oder so. Nee, es gibt keinen Trick. Also ich habe durchaus schon mal eine Rolle geschafft mit dem Playstation-Controller. Aber fragt mich nicht, welche Voraussetzungen das hier haben muss. Weil normalerweise geht es einfach zack, zack. Aber das klappt leider nicht. Vielleicht ein bisschen mit dem Stick hin und her. Nee, es geht leider nicht. Naja, egal. Es ist trotzdem super schön, das Spiel. Und wenn es nur drei Folgen geht, dann geht es eben nur zwei, drei Folgen. Das ist auch egal. Hauptsache, wir können hier ein bisschen schauen. Au! Und uns ein bisschen an Chameleons verletzen. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Wie gesagt, es ist schon echt lange her. Und ich kannte auch wirklich alle Geheimnisse dieses Spiels. Aber da es jetzt so lange her ist, kann ich mich echt nicht mehr an so viel erinnern. Aber das soll uns nicht stören. Wir werden einfach hier ein klein bisschen Spaß haben. die Folgen lang, die es gehen wird. Und ein bisschen in Erinnerung schwelgen, denke ich. Weil König der Löwen kennt bestimmt auch jeder von euch. Könnte ich mit wetten. Ist auch eins immer noch meiner Lieblingsspiele. Äh, Spiele? Zeichenstrickfilme, wollte ich sagen. Eins meiner Lieblingszeichnestrickfilme. Und eigentlich wollte ich nach jedem Level die Folge beenden. Aber jetzt ist das Level leider gleich schon vorbei. Deswegen mache ich nochmal eine extra Runde hier. Vielleicht habe ich ja irgendwas vergessen einzusammeln. Aber es ärgert mich so, dass es mit den Rollen nicht klappt. Wir können doch mal heute die Folge ein bisschen nutzen, um Rollen zu üben. Wie gesagt, fragt mich nicht, welche Voraussetzungen das mit dem Playstation Controller haben muss. Aber das ist auch echt ärgerlich, dass ich da keinen Super Nintendo Controller habe. Denn der Super Nintendo Controller, der ist bei meiner Mutter. Und meine Mutter wohnt ja jetzt mittlerweile über 600 Kilometer von mir weg. Und die spielt auch selber Playstation, Nintendo noch. Spielt immer mal gerne, äh, hier Yoshi's Island und sowas. Alles, was es da so gibt. Gut, dann machen wir jetzt erstmal da jener. Das ist nämlich immer so ein Endgegner, so zum Schluss. Oha. Aber ein sehr unsportlicher Endgegner. Oha, verdammt. So, das war es aber schon. Also es ist eigentlich recht einfach. Ja, ist our kingdom. Ach, wie schön. Und dann gibt es immer so eine schönen kleinen Bonusspiele. Hier zum Beispiel mit Puma. Oha. Wo man... Oh, verdammt. Es ist echt schwer. Wo man, äh, die Käfer einsammeln soll. Da gibt es aber auch noch weitere Bonusspiele. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich glaube, wie gesagt, habe ich heute auch schon ganz schön oft gesagt. Mann, Mann, Mann. Da habe ich es ja heute wieder mit diesem Wortlaut. Das ist jetzt das zweite Level. Roar at Monkeys. Ein wirklich sehr schönes Level. Das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Also seid gespannt, wie das weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis später und auf Wiedersehen.